Die Crew hat da noch ein paar Fragen Countdown 9 Effektivität bestimmt das Handeln Man verlässt sich blind auf den anderen Jeder weiß genau, was von ihm abhängt Jeder ist im Stress Doch Major Tom macht einen Scherz Dann hebt er ab und völlig losgelöst Von der Erde schwebt das Raumschiff Völlig schwerelos Die Erdanziehungskraft ist überwunden Alles läuft perfekt Schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente Doch was nützen die? Am Ende denkt sich Major Tom Im Kontrollzentrum Da wird man panisch Der Kurs der Kapsel der Stimmt ja gar nicht Hallo Major Tom Können Sie hören? Wollen Sie das Projekt? Denn so zerstören doch Er kann nichts hören Er schwebt weiter Völlig losgelöst Von der Erde schwebt das Raumschiff Völlig schwerelos Er schwebt das Raumschiff Er schimmelt blau Sein letzter Funk kommt Grüßt mir meine Frau Und er verstummt Und er verstummt Unten trauern noch Die Egoisten Major Tom denkt sich Wenn die wüssten Mich führt hier ein Licht Durch das All Das kennt ihr noch nicht Ich komme bald Mir wird kalt Und jetzt alle Völlig losgelöst Von der Erde Schwebt das Raumschiff Schwerelos Völlig losgelöst Von der Erde Schwebt das Raumschiff Schwerelos Völlig losgelöst Von der Erde Schwebt das Raumschiff Völlig schwerelos losgelöst Losgelöst Schwerelos Losgelöst Schwerelos Vielen Dank.